St. John und Captain Currie. St. John und Currie, kommen! St. John, ich sprach gerade mit dem Colonel. Er teilt Sie der Forschungsabteilung zu. Captain, äh, Forschungsabteilung, äh, ja, so kann man das wohl nennen. Äh, ich helfe Lieutenant Weaver und Lieutenant Whittaker. Gut, Sie können jede Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich helfen kann. Ich bin eher der Botenjunge für Sie und, äh, und deshalb wollte ich Sie auch sprechen. Und Lieutenant Whittaker hat, äh, per Anforderungsschein Hefe bestellt. Hefe? Ein Moment. Unsere Patrouillen sind in der ganzen Region unterwegs. Wenn Sie auf etwas potenziell Wertvolles stoßen, verzeichnen Sie es. Ja, hier. Hefe und andere Backzutaten wurden in der Küche des Crater Lake Besucherzentrums gesehen. Kennen Sie das? Ja, das finde ich. Viel Glück, Corporal. Currie Ende. Ich weiß, es ist seltsam. Okay, neue Mission freigeschaltet. Darauf habe ich eigentlich gewartet. Oh, stimmt. Hier war der Brecher unterwegs. Kacke, ey. Aber hier müssen auch irgendwo noch... Ja, eher weiter da hinten, ne? Also hinter dem Tunnel muss das infizierte Gebiet sein. Versuchen wir mal unser Glück. Bevor es wieder anfängt zu regnen. Aber ist hier denn was? Da müssen wir jetzt eigentlich reinkommen. Gucken, warte mal. Da können wir noch rein. Ich will nur sicher gehen, dass hier nicht irgendwo noch eins ist. Ne, aber hier ist gar nichts in diesem Tunnel. Boah, ich hasse die Tunnel so sehr. Also ist da jetzt eins oder nicht? Das macht mich jetzt Kerre her. Guck mal hier. Oder ist das hier drunter? Irgendwo hier waren ja auch diese Tunnels. Das muss hier irgendwie drunter oder... Das ist unter dem... Ich fahre nochmal zurück. Das war ja irgendwie unter dem Tunnel. Da links. Wir gehen mal zu Fuß in den Tunnel rein. Nochmal. Speichern hier. Wo war das denn jetzt? Hier runter. Ich wüsste nicht, wo die sonst sein könnten. Ich wüsste nicht, wo die sonst sein könnte. Aber hier ist kein Nest. Oder ist das oben drüber? Er sagt das immer hier, wenn wir in dem Tunnel sind. Könnten die auf dem... Oben drüber wahrscheinlich, ne? Bist du mir irgendwie seitlich hoch? Können wir hier irgendwo hoch? Ach, guck mal. Man kann auf diesen Scheißberg. Man kann auf diesen Scheißberg. Da oben vielleicht. Da ist ein Haus. Oh, Zielscheiben. Ah, verstehe. Oh ja. Da haben wir ein Nest. Ich seh's schon. Richtig schön das richtige Wetter dafür. Na, kommt mein Hübschen. Ah, viele, ha? Ja. Dann halt so. Das war definitiv das Erste. Aber hier gibt's bestimmt noch mehr, hä? Hier gibt's bestimmt noch mehr von euch. Hier schwebt was in der Luft. Es liegt was in der Luft. Ja, das ist doch so alt, hä? Ja, nicht schlecht. Okay, hier müssen noch mehr sein. Hier müsst ihr noch mehr sein. Hier habt ihr genistet. Ihr kleinen Pisser. Oh, was ist das? Ein kleines Rohr. Okay, aber hier oben muss es noch mehr Nester geben. Hier muss es noch mehr Nester geben. Wahrscheinlich hier oben. Nicht schon wieder. Warte mal, ich guck dir mal hier auf den Berg. Das Licht da. Das Licht da. Blitz. Okay. Ach, da hinten. In der Scheune. Und dann. Nein, ich weiß nicht. Ja, das ist für alle. Lirschen. Das ist für alle. Warte. victims. Geh. Und stehe. Nach curriculum. Okay. Uh. Okay. Das war es immer noch nicht. Das war es immer noch nicht. Oh. Ein blutiger See. Was zum Teufel? Na, wir verlassen das Gebiet. Aber. Da oben? Kommen wir irgendwie hoch? Könnte wieder eine Horde sein, hä? Oh, nein. Oh, nein. Kreischer. Okay, wir kommen auf den Berg. Wie kommen wir da hoch? Gibt es da irgendwas? Das sieht mal richtig übel aus hier. Da würde ich gerne hin. Kommt man hier hoch? Leider nein. Wie kommt man da hoch? Wie kommen wir da hoch? Gar nicht, wie es scheint. Okay, muss aber noch irgendwo ein Nest sein. Ah, hier vielleicht. Na, nirgends wo. Okay, wo ist das letzte Nest? Wo ist das letzte Nest? Können wir mal weiter in die Richtung forschen. Da hinten war die Hütte, da war das. Ich würde mal eher sagen, ja, ich würde tatsächlich sagen, so in die Richtung hier irgendwo. Das würde Sinn ergeben. Oh no. Hier, eine Höhle. Ja, es ist ein Nest, es ist keine Höhle. Es ist ein Nest. Es ist ein Nest. Da, Nest zerstört, alles klar. Rimview Ranch, infiziertes Gebiet, sehr schön. Ausdauer-Cocktail. Haben wir weder noch etwas benutzen. Da war eine Horde drin. Verfickte Scheiße. Ich muss zu meinem Bike. Das ist ein Nest, das ist ein Nest. Oh, scheiße. Da war ich nicht drauf vorbereitet. Oh, geschafft. Mann, 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 Mann. Okay. Okay, wir wählen mal eben die andere Mission aus. Ich glaube, die ist... Die brauchen wir. Wo ist die? Stories. Ich weiß, es ist seltsam. Okay, zurück auf die Karte. Dahin. Alles klar. Fahren wir hier einmal quer durchs Gemüse. Oh, das war jetzt echt zu viel mit der Horde. Funktion. Und Schrott. Mann, Mann, Mann. So, jetzt haben wir 20 Schrott. Das ist sehr gut. Ah, sie ist schon repariert. Ist die auf 100%? Ah, ist sie auf 100%. Okay. Aber hier, Munde brauche ich noch. Alles klar. Der ist noch voll. Das ist da oben. Wir müssen in die Richtung. Sprit könnten wir doch gebrauchen. Ich sehe einen Abschlepper. Ja, guck mal. Ach, wie praktisch. Ist schon irre, wenn man einmal weiß, wie die Welt funktioniert, dann kommt man eigentlich ganz gut zurecht mit Sprit und sowas alles. Und Munition. Man muss halt nur wissen, wo man es findet halt, ne? So, weg damit. Und weiter geht's. Ist auch schon wieder ein infiziertes Gerät, oder was? Oh, noch mehr Munde. Noch mehr Munde. Okay. Gucken wir das auch noch. Hinten habe ich auch schon wieder Sprit gesessen. Ja, Wahnsinn. So. Okay. Na, das ist doch hier ein Hinterhalt, hm? Na, das ist doch hier ein paar Mal. Der hat sie erwähnt! Oh! Oh! Ah, schade. Ich sehe dich da drinnen! Warum läuft er die ganze Zeit durch die Gegend? Deswegen. Dankeschön. Okay. Geh mal diese Hinterhalt-Halt-Hinterhalt-Camper. Was gibt's hier? Wo ist er denn? Muss nicht noch einer liegen? Ach, hier. Und noch einer. Genau hier. Okay. War schon wieder alles umsonst hier. Mit der Munitionssammelei. Komm, weiter geht's. Vielleicht sei er jetzt Sarah. Und wir können mal mit Sarah in Ruhe reden. Ich meine, wir haben uns zwei Jahre nicht mehr gesehen. Und das... Wir können nicht mal... Was war das? Wow! Zeit für ein Lagerfeuer. Zeit für ein Lagerfeuer? Scheiße. Vielleicht vertreibt das Lagerfeuer die. Besucherzentrum. Das muss es sein. Jetzt brauche ich nur noch ein bisschen Hilfe. Küche. Ja, gut. Das Zeug muss in der Küche sein. Oh nein, zwei Brecher. Brecher. Hä? Wunderdich. Brecher. Das muss es einfach sein können. Oh nein, zwei Brecher. Das muss es einfach sein können. Oh nein, zwei Brecher. Ausgerechnet zwei. Drei. Oh nein, fuck ey. Ab zum Bike, ey. Oh nein, zwei Brecher. Das war ja super. Das hat ja super funktioniert. Das hat ja super funktioniert. Oh nein, der aufhör. Das hat ja super Thankfully. Wie lange? Das war's. War's das? Zu viele andere. Ah, das war's. Oh, 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 das war's. Da war so ein scheiß Krabbeler da oben. Kommt man hier überhaupt hoch? Vielleicht über die Motorhaube. Wo ist mein Bike? Hier gibt es eine Tafel. Besucherzentrum. Hier irgendwo war die. Hä? Hier irgendwo? Da. Das wusste ich noch nicht. Ha, Craterly. Der Vulkansee. Crater Lake. Ich muss erst mal zu meinem Bike. Das habe ich ja echt super gemacht hier. So, und Munition brauche ich auch. Ach, hier wäre auch noch was gewesen. Ach, scheiße. Egal, jetzt sind wir auf Max. Gut, dann gucken wir mal, ob wir das Zeug finden hier. Boah, wir haben drei Brecher erledigt, ey. War gar nicht mal so schlecht, ey. Gar nicht mal so schlecht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, Hilfe, ah. Nein, hier. Das ist auf jeden Fall was hier von Mollys herstellen, ey. Rohrbomben. Und wieder Mollys. Okay. Hilfe. Hilfe. Ah, Hilfe. Ah, hier ist sie ja. Ja. Ich hoffe, das ist genug. Okay. Ach, guck mal, da ist ja Crater Lake. Das ist ja. Wow. Der Wahnsinn. Wo sind wir denn jetzt? Hier. Können wir da per Schnellreise hin? Dann machen wir das nämlich. Schnellreise, so viel wir nutzen können. Äh, Lieutenant Whittaker. Mache Meldung. Die kennen, äh, Corporal St. John, ja. Ich, äh, hab den Anforderungsschein abgearbeitet, die Hilfe. Das ist nicht viel. Ich bin sicher, dass es für meine Zwecke reichen wird. Also, äh, nur aus Neugier. Wozu brauchst du... Sorry, ich hab zu tun. Ich muss aufhören. Wir reden, wenn du hier bist. Whittaker Ende. Bin schon da. Gern Gott. Hallöchen. Oh, Gott verdammt. Ma'am. Hör mal, kannst du das bitte lassen? Wie bitte? Ich weiß, es ist seltsam, aber ich kann's doch nicht ändern. Naja, ich wohne in der Kaserne mit einem Dutzend Miliz-Arschlöchern, während meine Frau ein eigenes Zelt bei den Offizieren hat. Was ist daran schon seltsam? Wie, Ken? Und ich seh sie nur, wenn ich einen Botengang für sie erledige. Auch absolut nicht seltsam, Ma'am. Meine Hefe. Danke. Äh, willst du was backen? Wenn du einen Ofen brauchst, ich weiß, wo einer ist. Nein, nein, ich mache damit virale Proteine, die dann, sie bilden dann Antikörper. Aber natürlich war das Sarkasmus. Rot, virale Proteine, für mich ist das alles eins. Oh nein, es ruckelt wieder. Hey, warte mal. Hier. Danke. Das sagtest du schon. Ich meinte fürs Bleiben. Ja, Ma'am. Okay, Mission abgeschlossen. Ich weiß, es ist seltsam. Wizard Island. Okay, ich gebe niemals auf. 11%. Ich werde Sarah nicht wieder verlieren. Ich werde bleiben und helfen, so gut ich kann. ein neuer Fertigkeitspunkt. Oh Gott. Aber mit dem Geruckel kommen wir eh nicht weiter. Deswegen, ich muss eh neu laden. Deswegen machen wir jetzt einen Break. Und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.